Super ping. Ping, 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 ping. Jujo hat einen Nuller-Ping. Ui. Und der Outlawerst. 48. Holy shit. Ja, ihr habt gesagt, ein bisschen kleiner. Ich glaube, bei mir ist YouTube gemütet, oder? Ja. Oder hat ihr einen Ton bei YouTube jetzt? YouTube ist gerade ruhig geworden, ja. Okay. Also. Hä, warum ist der Bein nicht klein? Hä, der ist doch klein. Ich hab gesagt, ihr wolltet mich zu groß haben. Ganz normal. Das ist nicht so einfach. Der dürftlich so scheiße. Vor allem, wir wollten doch eigentlich, dass er quasi leicht ist. Aber ich find, der springt ganz gut jetzt. Weil er so klein ist. Oh, Kind. Ja, so ein kleines Frischmaß. Treffen tut denen halt keiner. Uh. Bitteschön, ich hab dich nach hinten gebracht. Das war schön ausgespielt. Bitteschön bin ich mit dem Team hin. Ah, ja, okay. Der Outlaw macht mich kaputt. Hä? Warum hat mich denn jetzt... Warte, warum hat mich denn jetzt... Riecht kaputt gemacht. Alter, ist die Zerstörung irgendwie heftig eingestellt? Ja, bei Berührung, oder? Mann, nur Team Weiz-Arm. Ja, deswegen... Da stören wir uns alle. Sicher. Wir treffen uns ein bisschen oft. Hm. Ah. Liegt der da? Uns sagt nichts. Hier war der Knie. Boah. Hä? Ich hab mich auch kaputt, glaub ich. Man weiß ihn nicht. Also ganz kleines find ich schon extrem. Hahaha. Ich muss mich jetzt bisschen beschweren, weil... Ja, ich weiß schon. Normal beschwerst du dich ja nicht. Aber... Oder wie war das vorher? Typisch... Typisch deutsch erstmal beschweren. Wichtig ist doch der Spielspaß. Alter, Jojo. Andy. Ja, das kann ich nicht zulassen. Doch, kannst du. Zwie wollte ich ihn schon reinmachen. Die rein! Nein, nicht vor der da dran! Die hat ja wieder zurückgeboxt. Die Sau! Flop! 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 beides wahrscheinlich all hat mich ausgetrickt da hätte tief fahren dürfen aber macht der würfel aus portal unsere räder haben die passenden fahnen der companion cube da ist der ton wieder 3000 zuschauer ich würde gerade sagen wenn eh red flag ist dann wird jetzt nicht so der wahnsinn passieren ich habe auch die zwei anderen onboard kameras ausgemacht alter jetzt ist der nebel startziel richtig reingezogen ich hab nur noch die pitlane an richtig aus weil er so vorhersehbar abspringt naja war so schön was ist das für eine scheiße ich hab's gesehen ich stehe mir so schön vor und das so nach oben gejumpft oh ich hab andy zerstört alter der 1 ist er komplett zerlegt also ich glaube ich bin der schlechteste ich verdiene ordentlich komplett auseinander anscheinend haben wir neu aufbauen alles auseinanderbaut noch mal neu aufbauen haben wir neue sauber entstellen und so was schon wieder wieder gejumpft ne die fliegen den ball da auch nicht mehr vorn wieso wir sind doch grad vorn also warm naja naja ist der andy schon wieder und mach ihn rüber wir haben immer den bot wir haben grad den bot da nein 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 oh nein ja scheiße schon der ist erster bei euch scheiße jetzt wär die zeit wo sie das mit denen bringen können wenn sie ihre ganzen komischen zwischenberichte bringen ja und so dass wir mit dem rennen gemacht oder was ja 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 super ja wie lange hat der beitrag gedauert Minuten ok ja aber ja sonst wäre zu lang wir hätten was passieren können ja Alter es ist was passiert wir hätten es ihn reinlassen können ich meinst du mit Spannen bleibt's ne ich will gewinnen ja danke ich höre es mir wieder 1 Ende noise scary noise erster vorne ich glaube das ist ein bisschen äh angelaufen ja machst du doch entscheidend mit Bönträger ich glaube das ist kein Klopapier das sieht aber so extrem weiss aus nicht wie angeschlagen aber ja ja selber nur wegen dem Licht ne ja das ist angeschlagen Basketball Tor hä was ist das denn jetzt für ein Ball Basketball aber das ist jetzt wie da musst du dich jetzt bei Andi beschweren der hat genau die Angaben gemacht das bringt doch jetzt so komisch um das ist ein paar Basketball mit noch mehr Aufdreif irgendwas habe ich zerstört irgendwas ja gib dich gleich was gib dich gleich was Ambi ist was wir bin ich beim Team mit der Neue 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 ah und er sprang das Tor aus dein Ball stand im Weg er hat mich erwischt und beide nicht im Ball oh Gott Jaaa! 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 Ich bin der einfach so. Oh sorry! Jaaa! Gott sei Dank in die richtige Richtung! Ahhhh! Schön sich an wie wie... wie in der Disco! Ah sorry. Warum geht das denn? Scheiße. Jojo hat noch 0 Punkte. Wow. Schön. Das finde ich beruhigend nicht. Jetzt hat er Bot mehr als 2. Jetzt hat er Bot mehr als 2. Jetzt hat er Bot mehr als 2. Da steht ein Hank bei mir. Ja. Das Flugzeug wird getauscht. Au. Au. Läft im Bad. Ich glaube nicht, der ist. Warum? Ja, warum denn nicht? Ja, warum? Das geht nicht. Der Bot steht immer im Weg. Hast du etwas gegen deine Teammitglieder? Ja, nicht nur gegen den Bot. Ich brauche etwas zum... Nein. Erstmal aufkleben und neu drauf. Sponsor, ja. Richtig. Der Bot kann ja halt auch noch gar nicht so viele Punkte haben, weil Rhi ihn die ganze Zeit zerstört. Zerstörst du? Du möchtest nicht so zerstört werden, Jolo. Nein, 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 nein. Deswegen hat er ja nicht so viele Punkte. Jolo hat ihn auch noch zerstört. Die Punkte sind echt, die laufen. Er hat es halt schwer. Ja. 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 Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Es ist nicht aufgefangen. Ah. Aber man sieht, ich bin eigentlich immer im schlechten Team, also... Ey! Der könnte gehen. Ja. Er muss das nicht an mir auslassen. Jaaaa. Wollen wir eigentlich gar nicht laden. Ja. Er könnte gehen. Er könnte. Okay. Rhi trifft es. Ich mach ihn auch raus. Aber wir hatten ihn gemacht. Ja. Er hatte so viel Speed. Scheiße. Fass. Einmal rüber. Wir wollten das Doppelte auf, sage ich finde ich. Ja. Aber weil ich das weiß, kann ich das ja bei uns machen. Ich spiele ihn bei unserem Tor. Ich spiele ihn bei unserem Tor. Ich spiele ihn auf unserem Tor und dann geht er in dann nur. Passt. Ne, jetzt ist es schwer, dass es funktioniert. Komplett. Ja. Ja. Oh. Sehr gut. Wobei wir hier den nicht vertroffen haben. Boah! 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 Ich bin locker Nobodycher. Das ist keiner weggeboxt. Ist geboxt und jetzt gerstört. Here Rod. bei riemann ja heute keine mehr so keine sagen kommen ja der geht doch nicht Ja, nein. Haha, sorry. Mein... Na gut. Komm, geh rein. Pfff! Da hatte Werdy seine Idee. Oh, ich hab den Ball getroffen. War sogar ein Torschuss? Wie war das ein Torschuss? Er war schnell. Boah. Nein, ich treff seit zwei Minuten den Ball. Und? Ja, komm. Nein. Hallo, Strie. Na? Ja, perfekt. Sehr gut, hast du ihn gleich zerstört. Mit dich. Ja, bei uns. Boden. Friere ich bei denen, ich weiß. Hast du ihn? Yes. Essen? Stimmt, sowas muss man auch tun. Wäre... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.